Wir sind für ein geregeltes Verhältnis mit der EU, das ist uns wichtig. Ebenso wichtig ist es aber auch, dass der Lohnschutz nicht angegriffen wird. Wir werden den Lohnschutz um jeden Preis verteidigen. Das wollen wir heute auch mit dieser Aktion symbolisieren. Die rote Linie, die muss gelten. Unigi, siamo parti! Vielen Dank.